Pietro Lombardi, nach Enthüllung des Babygeschlechts. Er spricht über seine Tochter. Pietro Lombardi und Laura Maria Rüpper erwarten zurzeit ihr zweites gemeinsames Kind. Das Babygeschlecht haben sie nun gegenüber ihrer Online-Community verraten. Doch das war nicht das Einzige, was Pietro ausgeplaudert hat. Die Geburt von Baby Nummer 2 rückt näher. Für Pietro Lombardi ist es sogar bereits das dritte Mal Nachwuchs. Der Sänger hat zwei Söhne. Umso spannender war es für ihn und die Familie zu erfahren, ob das ungeborene Baby ein Mädchen oder ein Junge wird. Und das haben Laura Maria Rüpper und Pietro Lombardi nun auf der Social-Media-Plattform Instagram verraten. Doch dabei blieb es nicht. Pietro Lombardi nach der Verkündung, ich gebe nicht auf. Laura Maria Rüpper und Pietro Lombardi warten auf die Geburt ihres Kindes. Nun hat die Influencerin bei einem Frauenarzttermin erfahren, ob das Baby ein Mädchen oder ein Junge wird. Diese süße Neuigkeit hat sie in einem Enthüllungsvideo mit ihrem Pietro geteilt. Der Moment der Verkündung wurde auf Kamera festgehalten und mit der Instagram-Community geteilt. Zu dem Video schreibt Laura Maria Rüpper, diesmal wollten wir keine große Feier, sondern diesen besonderen Moment nur für uns beide haben. Obwohl ich es schon wusste, war ich unglaublich aufgeregt wegen Pietros Reaktion auf das Video. Wir freuen uns so sehr auf unser gemeinsames Baby-Number-Tür und sind gespannt, ob ihr richtig getippt habt. In dem zuckersüßen Enthüllungsvideo wird bekannt gegeben, dass Pietro Lombardi und Laura Maria Rüpper einen weiteren Jungen erwarten. Für den Sänger ist es der dritte Sohn. Eine Tatsache, über die er sich amüsiert. In der Kommentarspalte unter dem Video schreibt der ehemalige Deutschland sucht den Superstar-Gewinner. Weiter geht's. Drei Jungs, die ich für immer lieben werde, aber ich gebe nicht auf das nächste wird ein Mädchen. Damit steht also fest, dass es für das Paar ein Baby Nummer drei geben wird, und vielleicht wird es ein Mädchen.